So, Hallöchen! Welcome back! Und ja... Let's play Pocket Park 2 Immer noch We got you! We got you! Es läuft in 6 Minuten Ich muss sie nicht weiter Immer doch Malalala 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 Ja Und wieso bin ich In der Habenscheid? Ah doch Doch, doch, doch Entschuldigung Was mit diesen Kissen ist, weiß ich immer noch nicht Eben wie gesagt Ich spiele es blind Und ich muss Ich weiß, ich muss zu Ida Ich kann nicht in die Studio Ich kann nicht in die Studio Nein Schaltergifte vorbei Okay, doch So Ja, 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 komm mir Das ist so Wartet hier jemand Ist das Ah Okay Ich muss Ach, geh mal Hey, du mach auf Ich hab gedacht Das Tor in der Mitte führt in den Flora Bezirk Das Feste in den Fels Bezirk Und das Linke in den Rost Bezirk Aber wenn ich eins der Tor für euch öffnen soll Müsst ihr schon einen guten Grund dafür haben Ja Ich, du Scheiss Jetzt muss ich hier erstmal so ein Hey, du, was? Picochilla Überall ist mir der Feigling Ja, ja, schön Hallo Hallo Lass uns fang spielen Okay Alles klar, das geht's Okay, ähm Spielen wir erstmal mit dem Picochilla fangen Bravo Okay, ja Einen guten Grund Einen guten Grund Einen guten Grund Das war recht vorsichtig Na ja Hallo Aber nein, ich will spielen Tschüss Einen guten Grund Einen guten Grund Einen guten Grund Einen guten Grund Ich brauche einen guten Grund Kennen Ähen Mal schauen Ob das das was ich mir gerade überlege Wirklich so ist Komm mal mit Diese Musik könnte man doch eigentlich Salsa oder so tanzen ähm, ja und ja, ich merke selber, dass ich für die jeweiligen Pokémon immer wieder andere Stimmen nehme als Versehen, aber das wollte ich so nicht, okay, ja, ja, so, ja, ich weiß, Pipi, wo ist jetzt Pipi, aah, okay, gehen wir mal da hinten noch, ah ja, irgendwie, hup, und hup, und hup, die Motoren, okay, brauche ich davon mehrere oder wie? nein Glitterstein okay, komm Mati ist nun dein Freund jaaay Pili-Loo Pili-Loo ist eingetroffen oh oh, wieso stehen ihr auf zwei Beinen? Hallo Pili-Loo, Pili-Loo, Pili-Loo das schaue ich mir nachher an das ist dieses Pili-Loo Pili-Loo, Pili-Loo ui, schön hacha yl Rei mauchi wo ist das Vili-Loo wieso ist das? ja, ich glaube, das ist Vili-Loo ist das ein Geschenk für mich? ja okay das ist aber lieb von dir schnucki. schnucki? von gehts total krieg ich nie genug. schnucki? kannst du mir was mit dem ich spielen kann bitte bitte? okay ich folge also einen ball. wo ist der ball wo ist der ball wo ist der ball when i can buy your balls ok ich probier das jetzt erstmal mit dem ich probier es erst mal mit dem stein , das hat er da Oh, ist das ein Geschenk für mich? Ja. Ist aber lieb von dir, Schnucki. Von dir zu dir kriege ich nie genug. Ja, ich... Aua, au, oje, das tut mir so leid. Ich konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und bin mit voller Wucht in dich hineingeschlittert. Oh, mach's gut, Schnucki. Du knolle... ...misschen... ...stimm du. ...misschen... ...wasch... ...misschen... 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 ...Schnucki. Oh je, erwischt. Bitte tu mir nichts. Ich wollte doch nur spielen. Wir sind doch noch Freunde, oder? Und unter Freunden drückt man auch mal ein Auge zu. Stimmt, Schnucki? Hier hast du deinen Bären zu. Hoffentlich auch aus, ey. Willi, Lois, nun dein Freund. Hihi, dann verzeihst du mir also. Danke, ey. Ist doch... Das ist doch echt total lieb von mir. Also, ich hab mir ja gewundert, ey. ... Ah, Alter. Was? Kann ich meine Arme? Hebe! Hey Du, wirst du an den verdorbenen Virus? Ich war eigentlich mit Cremacontrol... Wow! Was für ein Gestank! Tja, okay. Dann gehe ich mal und lese, was da hat. Trainings-Tipps Wende dich an die Pokémon am Brunnen, um deine Energie oder deine Arbeit zu verbessern. Pokémon im Pokébau können sich nicht entwickeln. Am Brunnen findest du aber mehr Pokémon, die dir dabei helfen, deine Fähigkeit aufzupolieren. Sprich sie an, um mit ihm zu karnieren. Okay. Okay. Und ich rote durch, aber... Hm, so gut. Und... So, jetzt mal. Ja, genau, und jetzt. Nein, komm mit. Komm mit! Sie wird doch durchla... Ach, schön! Oh, Taro! Kann doch nicht da rein! Kann doch sein! So, und jetzt kann ich nämlich hier rein! ... Angel! Das war noch, oder? Ach, so gut. almost half-onge-gen. Oh, ja, oh! Also. Niiiih! Und hopps! Ja! Und geht das weiter! Oder? Ach nett! Ich dachte schon. Ahoihoi! 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 Ups! Aaaaaaah! Wie komme ich hier weiter? Ich will hier weiterkommen! Ich weiß nicht wie! Ist hier irgendwo Floing? Ist hier irgendwo Floing? Bitteschön! Magst du es manchmal? Ja! 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 Hey! Ja! Ja! Oh mein Gott! Und hopp! Ey! Nicht auf mich! Ah, ne, du bist so verdammt! Was soll das für mich zum Spielen von... Bitte? Nein! Genau! Eieieiei! Heieiei! Heieieieiei! Nee, du knackst heute! Gib dir jetzt mit keinem guten Grund! Ey, jetzt komm schon! Ja, schön! Das weiss ich auch schon! Ja! Muss ich vielleicht... Kann ich hier irgendwo rein? Nein! Kann ich nicht! Oh! Kann ich vielleicht! Aieieieieiei! Aieieieieiei! Da! Bambal! Wirang bei kuli! Wirang bei identitäten! Wirang bei kieka! Wirang bei külpen! Wirang bei ficar, in denongeem Loc. Wirang bei denucaen Fülken. Ja... Wirang bei water! Vielen Dank.